Hallo und ein herzliches Wasgedaub und Willkommen zu Let's Play My Colonies. Heute wieder einmal mit einem Gast, nämlich der Carlo. Ja, ich bin wieder einmal dabei, aber wieder einmal nur im TS. Ja. Ich mag es, dass mein Mikrofon übersteuert oder zu laut ist. Ich höre dich gut. Hoffe ich auch. Ah, ich habe dich doch auch vergessen. Ich habe gerade das angefangen. Déjà-vu. Ja, das war das Erste, was ich gerade gedacht habe. So. Plansch, Plansch, Plansch. Machst du gerade? Ich gucke mir das hier ein bisschen an, weil ich bin fast fertig mit den Vlogs. Also ich weiß nicht, ob du mein Colonies IP guckst, aber... Gelegentlich, also jetzt nicht alle folgen, aber... Ich baue es mir schon manchmal an. Ich baue ja hier so... ...Wohnblöcke und ich möchte gucken, ob die halt alle ausgebaut sind. Habe ich gerade geguckt. Gerade im Store. Also bei Ghost Recon Phantoms. Bei Minecraft. Bei Minecraft. Ja, da gibt es auch einen Store auf Minecraft.net. Da kann man so Souvenirs kaufen. Ja, und sogar das T-Shirt, was ich kaufe. Ja, stimmt. Ja, das ist auch... So, dass man da Lego... Wusstest du, dass es Lego-Maincraft gibt? Ja. Schau, ist das länger eigentlich. Ich hier schön mit meiner... LOL. Ich stehe hier gerade alle einen Trupp ein. Guck. Okay, ich muss mal kurz nämlich Muten auf... ...und auf mein Handy gucken. Ja, da ist der Kallo weg. Er hört uns zwar, aber wir ihn nicht. Öh, wir haben nichts zu essen. Essen, 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 essen. Die Steine essen wir natürlich nicht. So. Will ich erstmal hier... Das ist... Bin wieder da. ...Loch hier wegmachen. Oh, du du. Vincent, über was geht denn das nächste Minecraft-Tutorial? Also jetzt... Äh, wann nehmen wir... Ja, wir haben noch... ...fünf Minuten, bevor ich das aufnehme. Weil... Eigentlich sollten ja Leute... ...da ihre Wünsche äußern. Aber da... Das möchte ich nun mal nicht tun... Das sollte jetzt eine Anregung sein, dass ihr hier in die Kommentare schreibt, was ihr für Tutorials sehen wollt. Welche machen wir zu mir? Also... Vinci kann so ziemlich alles. Ja, ich kann alles. Ich habe so viele Profile immer beim Auswählen, weil ich... ...das immer zweimal mache. Denn... Ich teste ja immer einmal, also wie das zu installieren geht. Und dann nochmal während dem Tutorial. Das heißt, an einem Tag stehen so zwei Profile. Circa. Wir könnten auch mal Ghost Recon Phantoms, äh, aufnehmen. Ich habe das hier gerade mit Fraps. Ähm, 120 FPS, auf voller Leistung. Eigentlich nicht schlecht. Dann können wir gleich aufnehmen. Ja. Ja. Mal... Mal snacken hier. Aber man muss dazu wissen... Ich bin ein Noob in Ghost Recon. Also, Vinci spielt Recon. Das ist halt, wer das nicht kennt, das ist so die Klasse, so Sniper und MP. Ähm, was Sepp spielt, weiß ich gar nicht. Ich glaube auch Recon. Ich spiele auf jeden Fall Assault. Das ist so, äh... Äh, extrem. Ja. Extrem. Ja. So ein Unterschied, das ist unfassbar. Nein, also das ist wirklich fast dasselbe Spiel. Es ist genau dasselbe Spiel. Es ist genau dasselbe Spiel. Es sind genau dieselben Maps. Und, äh, ich muss sagen, gebt euch das ohne Spaß. Es ist eine Open Beta, aber es ist... Für eine Open Beta ist es so eine... Es ist eine Open Beta. Für eine Open Beta ist es so ein krass guter Shooter einfach nur. Und das Beste ist, äh, es soll niemals kostenpflichtig werden. Und wenn, äh, die Vollversion draußen ist, soll es, äh, vier Vollversionen geben. Wie meinst du vier? Carlo, wie meinst du vier Vollversionen? Carlo? Carlo? Mit dem Mikro aus? Ein paar Daumen wieder da. Was hast du gesagt? Wie meinst du das mit vier Vollversionen? Äh, hab ich vier Vollversionen gesagt? Ich glaub schon. Ähm, nein. Sobald die Vollversion raus ist, werden die dann noch... Es gibt ja bis jetzt nur den, äh, Modus erobern. Da gibt's halt so sechs oder sieben Maps für. Bei anderem auch Metro und sowas. Also, die Maps find ich auch richtig gut designt. Ähm. Aber es gibt es jetzt halt nur, äh, erobern. Und dann soll's halt auch noch andere geben, äh, Chessmatch und so. Also, so mindestens vier haben die angekündigt. Und halt da auch noch eine weitere Braffen... Äh... Weitere... Carlo, Carlo, ich weiß, im LP zu sprechen ist total schwer. Im LP zu sprechen ist mega schwer. Glaub's mir. Ja, das merke ich. Ähm... Ja, ich finde auch jetzt... Ich weise auf die drei Folgen... Millionär hin. Millionär hin. Millionär hin, die noch nicht raus sind. Ach, die sind noch nicht raus? Nee, die sind noch nicht raus. Alter, und Spaß fragt euch doch, wie oft wir uns da einfach nur versprochen haben. Vor allem mich. Vor allem mich. Was hab ich nochmal gesagt mit, wir nähern uns dem Sendeschluss? Warte. Nein, wir ändern uns dem Nähanschluss. Ich hab das so gefeiert. Ich hab das so gefeiert, ey. Ohne Spaß. Aber ich bin mal gespannt... Nee, wir ändern uns noch nicht dem Nähanschluss. Ähm... Was ich auch richtig gut finde hier bei Ghost Recon Phantoms ist, dass fast jede Woche kommt irgendeine Neuerung raus. Irgendeine neue Waffe oder so. Jetzt vor zwei oder vor einer Woche, ich weiß nicht mehr genau wann, dann gab's so die Neuerung mit Rauchgranaten. Und die muss... Können wir das dann gleich auch noch patchen? Was musst du? Nein, nein, das war kein Patch, das war einfach nur, dass sie ihre Waffe hinzugefügt haben. Irgendwie war die wohl vorher im Patch schon drin, die haben die nur released. Und äh... Ich find's halt auch gut, weil jedes Mal, wenn da eine Neuerung ist, geben die einen Gutscheincode raus, äh, einfach um die Waffe auszutesten. Dann kriegt man halt, äh, zehn Rauchgranaten. Sie sind halt ziemlich... Also, vor allem für Reconственный, vielleicht damit man nicht ganz so noobisch spielt. Sie sind echt gut, vor allen Dingen, wenn... Vor allen, wenn du, äh, die Seite wechseln willst, oder kannst du ja framewapen und da so voll sneaky durchgehen. Ja, aber du weißt ja, welchen Trick ich immer mache. Hinter Mauer schnellen, unsichtbar machen, loslaufen, Pistole ziehen. Ach ja, da haben die übrigens auch was, denn das sieht man jetzt, wenn man unsichtbar ist. Also, man sieht halt so einen extrem starken Wärmeschatten. Boah, wie geil. Was denn? Jetzt mach ich ja gar keine Kills mehr. Ne, also ich bin... Also, es gibt halt noch bei den Spielern, zur Erklärung, äh, verschiedene Spezialausrüstungen. Ähm, also es gibt drei... Es gibt insgesamt drei Klassen. Recon, Assault und, äh... Ja, fast nicht schnell ist es gleich zu Ende. Und Support, bei Recon gibt's halt Unsichtbarkeit und Scan, bei, äh, Support gibt's so... Ich? Ich dachte nur, ich dachte, ich bring dich nicht so aus dem Konzept. Sorry. Du bist so ein... Naja. Ähm. Ne, du hast mich gar nicht um den Konzept gebracht. Bei Assault gibt's dann halt noch Hitze und, äh, Chill, da kann man halt so durchrennen. Und bei Support gibt's halt so ein, eh, so was eblich, äh, so was wirklich episches, dass halt, dass, äh, da baut sich halt so ein Rundum-Schutz-Schild eigentlich auf. Und alle anderen Spieler, die da drinstehen, sind halt auch geschützt. Da kannst du, da kannst du komplett durchrushen. Aber, das sehen wir vielleicht im nächsten Let's-Play-Projekt. Genau. Es ist schon wieder Schluss, Frau Hede. Ja, wir nähern uns, äh, wir... Nein, wir ändern uns im Näher-Anschluss. Genau. Weißt du doch, was du sagen? Äh, hm, holt euch Ghost Recon Phantoms und sagt Vincent mal, was er für Tutorials machen soll und auch Sebastian, was er da für Redstone-Tutorials machen soll und, äh, ja, das war's. Tschüss. Tschüss. Tschüss.